Moin! Willkommen in Hamburg, am S-Bahnhof Rissen. Rissen liegt an der S-Bahnlinie S1, am Abschnitt zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Wedel. Hier ist es leider sehr laut. Unmittelbar neben der Bahnstrecke liegt die Sylldorfer Landstraße, eine vierspurige Schnellstraße. Dort führt die Bundesstraße 431 entlang. Betriebstechnisch ist dieser Bahnhof sehr interessant, denn östlich führt die Strecke eingleisig weiter nach Sylldorf. Hier seht ihr drei Aufnahmen von diesem Streckenabschnitt, gefilmt von dem Grünstreifen aus, der bis unmittelbar ans Gleis heranreicht. In Rissen fahren die Züge immer durch das in Fahrtrichtung rechte Gleis. Deshalb wird die Einfahrweiche häufig umgestellt. Ein Zug aus Hamburg in Richtung Wedel. Ein 8-Meter-Bus auf der Linie 388. Hier wird die Weiche wieder auf den Abzweig nach rechts gestellt, für einen Zug aus Hamburg nach Wedel. In der Lücke der Stromschiene können wir die seitlichen Stromabnehmer beobachten. Nun folgen ein paar Ansichten vom Bahnsteig und den Zugangsgebäuden. Leider hatte inzwischen der Wind stark aufgefrischt, und dann setzte auch noch Regen ein. Aber so ist das Wetter in Hamburg eben manchmal. Ig insulinquestribensähe Gleis undaudissanten Ein clamsacher i Kрамus Bb J EVIK D Tagsüber fahren die Züge hier alle 20 Minuten, in den Hauptverkehrszeiten jedoch alle 10 Minuten. Dann kann es auch in Rissen zu Zugkreuzungen kommen. Die Züge in Rennflügel werden die Züge in Rennflügel. Auch hier gibt es eine Hamburg Box, in der ihr Pakete von allen Paketdiensten empfangen könnt. Am westlichen Ende des Bahnsteigs gibt es zusätzlich zur Treppe einen Zugang über eine Rampe. Von der Rampe aus sehen wir nach Westen, zur Brücke des Sandmoorwegs bzw. der Wedeler Landstraße. Die Brücke des Sandmoors Die Brücke des Sandmoors Die Brücke des Sandmoors Die Brücke des Sandmoors Hier noch einmal Außenansichten des Bahnsteigs und der Rampe. In Richtung Wedel schließt sich ein längerer zweigleisiger Abschnitt an. Daher müssen sich die Züge nicht unbedingt in Rissen am Bahnsteig begegnen. Mit diesen Aufnahmen von der Brücke aus sag ich für heute Tschüß – und bis zum nächsten Mal! Spdereg ana� Normal Spdereg convegnen Spdereg anesthesiv Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020